Was für die Wiener der Opernball, für die Grazer die Opern der Redout, ist für Obereich jetzt zu Druck gehörend der Traditionsball der Freiwilligen Feuerwehr Obereich. Ja, der Freiwilligen Feuerwehrball zu Beginn des Jahres ist ein Traditionsball. Wir verunstalten den seit über 15 Jahren und ist ein fixer Terminjahr. In Zeiten wie dies ist man besonders auf die Freiwilligkeit der Organisation angewiesen. Also die Freiwilligkeit ist sicher das Wichtigste in der heutigen Zeit und wir müssen wirklich schauen, dass wir die Leute zusammenhalten, dass wir Leute finden in der Bevölkerung, die was gratis mitarbeiten für die Bevölkerung. Ich glaube, das weiß ja jeder, das läuft vom Land, das weiß man bunt drauf, sollte wie jemals die Freiwilligkeit verlieren bei unseren Vereinen, bei unseren Veranstaltungen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr extrem für das gesamte Gebilde einer Gemeinde. Ich sage immer, unsere Vereine sind ein Teil unserer Gemeinschaft. Und ich glaube, Gemeinschaft heute ist ein Stress, wo man so sagen kann, in dieser Gefüge, das man heute spürt, weltweit, glaube ich, ist diese Freundschaft, diese Gemeinsamkeit das Wichtigste, was es gibt. Der Traditionsball der Freiwilligen Feuerwehr Obereich steht, was das Programm und die gute Stimmung anbelangt, kaum einem anderen Ball nach. Selbstverständlich, dieser Feuerwehrball gehört schon seit 15 Jahren, seitdem ich Bürgermeister war, wenn man so sagen darf, zu unseren Festveranstaltern. Das ist ein toller Ball, ein Ball, der auch viele Besuche hat. Aber das Wichtigste ist davon, dieser Reihenlösung wieder anschaffen und Geräte zur Verfügung, indem man wieder neue Geräte kauft und wieder für die Bevölkerung teist. Also wir haben hier einen Gewinn für uns alle. Und ich glaube, das ist eine Kulturveranstaltung dieser Feuerwehrball in Obereich. Natürlich darf bei einem solchen gesellschaftlichen Ereignis die hohe Politik nicht fehlen. Der Bürgermeister besucht jeden Ball, nachdem ich selbst ja auch Mitglied der Stadtfeuerwehr bin und Feuerwehrreferent der Stadtbund an der Mur bin, werde ich natürlich auch gerne beim Feuerwehrball der Stadtfeuerwehr Obereich heute am Abend noch dabei sein. Das Motto Alles Walzer wird noch verstärkt durch die Aufforderung Alles Polka, Alles Foxtrot und so weiter. Das ist so großartig. Untertitelung des ZDF, 2020